Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist der denn? Und plötzlich gelten jede Menge neue nervige Regeln. Kein Fliegen bei Tageslicht. Keine neuen Mahlzeiten. Kein Einsatz übernatürlicher Kräfte. Ich bleibe hier keinen Tag länger als nötig. Wir sind halb Mensch, halb Vampir. Endlich können wir richtige Mädchen sein. Wir können uns schminken, eine beste Menschenfreundin finden, vielleicht sogar süße Jungs kennenlernen. Ich will keine neuen Freunde. Ich war kein Heinz. Du verstehst mich. Vorsicht! Das wird ein vampirolaktischer Spaß. Voll krass. Dass ihr nicht normal seid, ist sowas von klar. Warum kann ich kein Mensch sein? Sie haben einen Wunsch. Ich erfülle ihn. Das ist es. Das muss doch ernst sein. Helene ist unsere einzige Chance. Vielleicht helfe ich euch, aber nur unter einer Bedingung. Ihr müsst mir euer Geheimnis verraten. Schicken Sie sofort einen Sondereinsatz. Komm, meine Nachbarn sind Vampire. Eine ganze Vampir-Familia. Ja. Hallo? Nach den Bestsellern von Franziska G. Zeigt euer Vampirzähnchen. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht in größter Not wären. Vampir-Pack! Die Vampir-Schwestern. Bald im Kino. Die Vampir-Schwestern. Die Vampir-Schwestern. Die Vampir-Schwestern. Will avanz. Yong pick. Poop.